ja moin leute ja ok willkommen wir sind hier machen mal wieder eine kleine challenge und zwar die kicker challenge ihr seht das gleich hier unter uns ja genau schwenk mal runter dann sieht man das vielleicht und ja ja seht ihr den kickertisch sozusagen mit dem kabel jetzt vom mikrofon noch im bild und ja dann würde ich euch sagen wünsche ich euch jetzt erstmal viel spaß dabei beim kickern genau also bis also robin ist blauweiß also schalke ich bin schwarzweiß für glattbach mal schauen wir der beste mal schauen wir also bis gleich spielelein speed bist du bereit ja zum sterben ja gut 1-0 die läuft schon mal gut also wir haben ja gar nicht die regeln erklärt wird gibt drei spiele oder so mal fünf spiele ja mach mal fünf spiele mit drei okay wer drei gewinnt dann brauche ich mir gut an 3-0 3-0 oh 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 und oh naja in es war in W ehrlich in 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 Ah, schade. Boah, Alter, ist der Kicker-Scheiße. Ups. Der kann schon mal gut besser blocken, der Robin. Jawoll. Endlich. Boah, Alter, ist der Kicker-Scheiße. Ja, ist klar, haben wir schon über die Kiste. Boah, Alter. Fuck. 7-0. Oder 7-1 schon. Ah, das stimmt ja. Nein. 8-0. 2 Tore noch. 2 Tore noch. Ja, Mann. Das sind ja meine Nachrichten, die 8 Stück. Oh, nee. Ey, ernsthaft? 1-2. 1-2. Ja. 1-2. 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 Jawoll. 2-2. 1-2. Der dreht immer so viel Sticks nochmal an, der Robin. 1-2. 2-2. 1-3. 1-4. Der war doch schnell eingedreht. 1-4. 1-4. 1-4. 2-2. 1-4. 2-4. 2-5. 2-6. 4-5. 2-2 Das ist gut, wenn man das auf Kamera hält 3-2 Ernsthaft Ernsthaft 4-2 Alter 5 Nee, jetzt kann ich es Jawoll Den Schenkelstier Nein 7 Boah, Tor war schon falsch Weißt du was, ich bin nochmal nicht mehr richtig Letztes Tor Ernsthaft Der dreht den Dreck Der Dreck sack Ernsthaft Genau Wieso zum Beispiel Scheiße, zweites Spiel verloren, Leute Ein Spiel muss er noch gewinnen, dann kann ich nicht mehr aufholen Boah, Alter, meine Rücken, der tut weh Ja Komm, ich spiele auch extra am Knien für dich Boah, Alter, ist das schlimm, Knien Ich hab jetzt nur die Chance zu geben Ich hab jetzt nur die Chance zu geben Ich hab jetzt nur die Chance zu geben So Ich hab jetzt nur die Chance zu geben Oh, das ist doch eine kleine Pusche Oh, das ist doch eine Scheißdrehung Nein, das ist doch nicht falsch 1-0 Lass mal schön 4-0 anziehen 2-0 Wir haben 2-0 noch Alter 3-0 Boah 4-0 Er ist hartig bei mir und soll sowas fallen Wuhu Jawoll Boah Ich hab noch eins am Torwart Hast du schon 6-0 ne? Ja Mann 7 Ich versuch dir dann auch so ne Chance zu lassen Vielleicht kriegt ihr das noch nicht mal auf die Reihe 2-0 2-0 2-0 you fired du hast gesehen in die Dircke 유보 Hawoll ät high Ich bin hier auch mal ein paar Tore drinnen. Scheiße. Letzte Tor. Fuck, Alter. Wartet mal, wir machen es mal anders. Keine Spieländerung. Ich lasse hier jetzt eine Chance. 4-0 lasse ich euch mal vor. Was bringt mir das? Du hast schon 3 Spiele gewonnen bei 5 Spielen. Egal, mach. Ich kann es nicht mehr aufholen. Glaub mir, du kannst es auch aufholen. Wie soll ich das denn aufholen? Mach jetzt. Steht 4-0. Guck, ob ich den noch einholen kann. Rein zu rutschieren. Ja, wenn du mich machen lässt, ist das ja klar. So, Spieleband weg. Ey. Ich hab doch, was willst du denn? Ja, jetzt. 4-0 Vorsprung, ey. Da klappt das bei mir nicht mehr. Da gibt es schon einen Vorsprung, ey. Da klappt das bei mir schon nicht mehr. 5-1. Oh. 5-1. Oh. 5-1. 5-1. 5-1. 5-1. Hab ich den jetzt nicht gelegt, ne? Ja. Ist doch mal gut. Entschuldige, ich will nicht unterbrechen, er ist gerade in die Suche gekommen. So, 6-2 steht's, weiter geht's. Ah, 6-3. Ey, was geht denn nicht rein? 6-4. Ah, 6-5. Jetzt kann ich auffüllen wieder. 6-5. So, ich lasse den sogar da einfach, lass den Torwart auf. Ist ja scheiße. Warum? Fliegende Torwart kann man sagen. Ich bin ohne Torwart. Ja, wir wissen, dass du besser bist. Ja, wir wissen, dass du besser bist. Du wolltest dich mit mir anlegen. Oh, fuck. Oh, Alter. Oh, Alter. Ein Tor noch. Geht um, Maul. Dieser Drecksball. Ja, genau. Ich muss wieder alles tun. Schade, schade, schade. Scheiße, ich will das nicht. Jawoll. Ja, Mann. Ja, nein, ey. Boah. Vielleicht gewinnen sie jetzt doch mal ein Spiel, der Robin. Ja, Mann. Ja, Mann. Geil. Ein Tor gewonnen. Ein Spiel gewonnen. 3-1. Wolltest du wieder mit 4-0 starten? Nö, nö, nö. Jetzt hat sie wieder die Motivation. Das Spiel entscheidet jetzt, ob du gewinnst oder ich verliere. Wir können ja jetzt schon mal festlegen, was wir machen. Was machen wir als Bestrafung? Weiß ich nicht. Überlegen wir uns mal. Machen wir mal eine Bestrafung, Leute. Weiß ich nicht. Überlegen wir uns gleich. Oder schreibt es in die Kommentare oder? Schreibt eine Beschreibung. Schreibt eine Beschreibung in die Kommentare. Schreibt eine Beschreibung in die Kommentare, Leute. Also, los gehts. Letztes Spiel. Dieses Spiel entscheidet. Schreibt eine Beschreibung in die Kommentare. Dieses Spiel entscheidet, Leute, wer gewinnt. Die Challenge. Beide spielen. Oh. Fisch zu zwei mal. Ja, ja. Fisch ihn auch gut hier. Ich spült den Torwart. Weil ich da echt nicht draufhök. Ja. Siehst du? So. 2-1, aber 2-2 schon. Jetzt kommst du Papa. Nein! 3-2. 4-2. 2-2. Warum macht der Fliegen der Torwart? Hallo, der Tisch steht irgendwie. Euer Ernst? 1-2. Ja! Ah! 5-2. 5-2. 5-2. Oh, meine Rücken, der tut weh. Ja, meine auch, ey. Komm, ich bin geil. Ja, oh, ja, ja. Nein! 6-4. Das ist sogar noch 4. Nein! 7-4. Ey! Okay. Der Router Ball ist nur hier durch. Nein, Alter! Der war gut, eigentlich. 2-3. 3-3. 3-3. 4-3. 4-3. 4-3. 4-3. 4-3. 5-3. Ja, ich hab diese Challenge schon wieder verloren, Leute. Leider Gottes. Stütz dich nicht so so auf den Kicker ab. Ja, leider Gottes hab ich die Challenge mal wieder verloren. Und dann müssen wir uns mal ein bisschen scharf stehen. So. Komm doch hier hin. Ja. Wolltest du das Mikrofon nehmen? Nö. Aber wir denken uns noch auf Bestrafung aus, beziehungsweise schreibt ihr eine Bestrafung mal in die Kommentare. Das wäre mal wichtiger, wenn ihr mal die Bestrafung beschreibt. Das wäre nicht schlecht. Warte, hab ich gewonnen jetzt? 4-1? 4-1 hast du gewonnen, jawoll. Und dann gibt's diese Bestrafung zusammen mit der Ekelbestrafung dann nicht mehr. Das nächste Mal, wenn er wieder da ist. Und ähm. Wenn. Genau. Wenn. Da bezogen wenn. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt den Daumen hoch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin. Ciao. Tschö.